Geschenkidee von und mit Heimatverliebt Nummer 11 Heute kommt schon der vorletzte Geschenketipp, die vorletzte der 12 plus Geschenkideen und heute geht es wieder mal ans Wandern. Aber es gibt keine Wanderführer, Bücher, sondern heute empfehlen wir dir unsere Lieblingswander-App und zwar ist das Komoot. Komoot ist eine App, die kann man sich aufs Handy laden und dort sammelt die Community, also Leute, die gern wandern, Touren. Also es ist nicht von einem Touren ausgedacht und dann da drauf gepackt, sondern jeder kann seine Touren, die er macht, aufzeichnen und wenn er will für alle zur Verfügung stellen. Und dieses Komoot kann man kostenfrei nutzen, weil wenn man es runterladen will und offline unterwegs sein möchte, also wenn man gerade hier auf der Schwäbischen Alb unterwegs ist, hat man ja nicht immer Netz und nicht immer Internet. Da macht es schon Sinn, sich die Daten aufs Handy runterzuladen, auch um den Akku zu schonen. Und da gibt es verschiedene Pakete zu kaufen. Und zwar gibt es, halte ich fest, die komplette Welt, also Kartenmaterial der kompletten Welt für 29,95 Euro. Und das gibt es auch als Geschenkgutschein. Also du kannst es nicht nur für dich selber einfach kaufen und auf dein Handy laden, sondern bei Komoot auf der Website gibt es auch einen Geschenkgutschein zu kaufen. Also du kaufst dann quasi einen Code, den derjenige, der es bekommt, dann eingeben muss und dann kann er sich für knapp 30 Euro Komplettskartenmaterial von der Welt runterladen. Und wenn du mal einen Eindruck bekommen möchtest, wie so eine Tour aussieht und was wir damit schon gemacht haben, dann hör mal in die Podcast Episoden HVP 014 rein. Da waren wir hier bei uns im Schönbuch unterwegs und haben da eine Tour aufgezeichnet. Und in die Episode HVP 018, da waren wir im Donautal unterwegs und sind beim Knopfmacher Felsen gestartet, waren am Kloster Beuron. Und auch diese Tour haben wir aufgezeichnet. Und das ist für uns halt so eine richtig schöne Sache. Wir können eine Wanderung machen, können die für dich aufzeichnen. Zum einen die Wegstrecke und zum anderen können wir da drin auch gleich Fotos hochladen. Also Fotos, die wir unterwegs gemacht haben und jeder, der eine Tour aufzeichnet, kann das auch machen, kann die Tour aufzeichnen, da Fotos reinladen, so dass man halt schon ein bisschen im Vorgeschmack bekommt, was gibt es auf dieser Wanderung alles zu sehen und zu erleben. Und das ist viel schöner als so eine nackige Wanderkarte, wo man zwar den Weg sehen kann, aber halt gar nicht weiß, wie sieht es dann dort wirklich aus. Und was noch schön ist, egal wo du bist, du kannst dich über GPS in Komoot orten lassen und dann sagen, ich möchte im Umkreis von zum Beispiel 20 Kilometern heute eine Wanderung machen. Dann lässt du dich orten, sagst Komoot, jetzt zeig mir Wanderungen hier im Umkreis von 20 Kilometern und dann schlägt der Komoot verschiedene Wanderungen vor. So haben wir es zum Beispiel auf La Gomera gemacht oder auf den Azoren gemacht, haben halt geguckt, was haben andere Leute schon erkundet, welche Touren haben sie aufgezeichnet und sind die dann einfach nachgewandert. Und das gilt übrigens nicht nur fürs Wandern, sondern es gibt auch Fahrradstrecken, Mountainbike-Strecken, Rennradstrecken, Jogstrecken und auch Bergsteigertouren. Also es erweitert sich stetig. Als wir angefangen haben, gab es die ganzen verschiedenen Möglichkeiten noch nicht. Und was nämlich auch schön ist, wenn du dann so eine Tour dort ausgesucht hast, wird das Höhenprofil angezeigt. Also man hat gleich ein Gefühl, wie wird es hochgehen, wie steil ist es, wie viele Höhenmeter sind zu überwinden und welche Art von Weg erwartet mich. Also als Wanderer ist mir ja nicht so gewillt, viel auf Teerwegen zu laufen, sondern eher auf naturbelassenen Wegen. Und auch das zeigt die App wunderbar an. Also es ist unser Highlight, es funktioniert auf der ganzen Welt, also zumindest da, wo wir bis jetzt waren. Es gibt immer schöne Touren, die da aufgezeichnet sind und durch die Bilder, die da hinterlegt sind, hat man halt auch gleich so die Energie und die Lust, da selber hinzugehen und das zu erkunden. Und wenn du kannst du den Gutschein kaufen, aber ich bin mir sicher, wenn du auf die Seite von Komoot gehst, findest du das auch selber. Somit musst du nicht diesen ewig langen Link eingeben. Und dann verschenk einfach mal die ganze Welt in Wandertouren. Und wenn du dazu noch mehr wissen willst, komm heute Abend 18 Uhr auf Facebook vorbei, da stellen wir dir die App nochmal vor. Da können wir zusammen mal reingucken übers Handy und dann hast du vielleicht noch ein bisschen eine bessere Idee, was sich hier in der Komoot verbirgt und kannst es dann mit richtig viel Freude verschenken oder für dich selber besorgen. Und jetzt haben wir nochmals ganz unabhängig vom Dokument, ob du dir das kaufst oder nicht. Du hast die Chance, uns eine E-Mail zu schreiben. Also was wir brauchen, ist halt deine E-Mail-Adresse, weil wir dann für dich über Komoot dir ein Regionenpaket schenken können. Also wir können quasi unsere Freunde werben, geben dann die E-Mail-Adresse bei Komoot an und dann hast du die Chance, dir eine Region auszusuchen im Wert von 8,99 Euro. Die brauchst du dir dann also nicht kaufen. Wenn du sagst, du brauchst es nicht die ganze Welt, sondern dir reicht deine Region, wo du jetzt gerade in Urlaub hinfährst oder die Region bei dir zu Hause, dann kannst du dir die über uns sogar kostenfrei besorgen. Also schreib uns einfach eine E-Mail an kontakt-at-heimat-verliebt.de und dann geben wir deine E-Mail-Adresse an Komoot weiter. Das solltet ihr bewusst sein im Sinne des Datenschutzes. Und dann kannst du dir ein Paket raussuchen und 8,99 Euro sparen. Und jetzt sage ich Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Tschüss und morgen haben wir noch einen Tipp für dich. Untertitelung des ZDF, 2020